Wie hat jetzt die aktuelle globale Finanzkrise und die Inflation auch die Preise beeinflusst? Viele Menschen sind nicht in der Lage, ihre Grundbedürfnisse selber abzudecken. Zusammen mit Relief hat ja fast 40 Jahre Erfahrung mit der Kurban-Spende. Salam und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Relief Zone. Heute wieder hier im Studio mit Nuri Abi. Salam und hallo zusammen, Nuri Abi. Ich hoffe, es geht dir gut. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja, wir sind heute hier, um über Kurban zu sprechen. Es steht wieder vor der Tür. Wir freuen uns natürlich auf diese Zeit. Es ist einer der wichtigsten Festtage im Islam. Und wir nutzen diese Zeit, um natürlich auch Bedürftigen zu helfen. Und das ist auch meine erste Frage, Nuri Abi, an dich. Wie ist die aktuelle Situation der Bedürftigen? Die aktuelle Situation der Bedürftigen, also wer bedürftig ist, das ist ja auch so in den Wolken geschrieben. Aber da, wo Hilfe benötigt wird, sieht es tatsächlich mit der Inflation in vielen Ländern und der steigenden Preise nicht so einfach aus. Also Menschen sind nicht in der Lage, viele Menschen sind nicht in der Lage, ihre Grundbedürfnisse selber abzudecken. Und deshalb sind sie auf Hilfe von außen angewiesen. So auch natürlich, was Kurban betrifft. Also vielleicht gab es noch vor einem Jahr mehr Menschen, die sich leisten konnten, Kurban selber zu schächten und auch zu teilen mit anderen. Aber heute sind sie selber darauf angewiesen, Kurban-Spenden zu bekommen oder zu empfangen. Ja, und Islamic Relief hat ja fast 40 Jahre Erfahrung mit der Kurban-Spende. Worauf achtet Islamic Relief denn bei der Entgegennahme der Spende, aber auch bei der Verteilung der Hilfsleistung? Also es ist, glaube ich, hier nochmal wichtig zu betonen, dass wir, Alhamdulillah, in den Ländern, wo Islamic Relief Hilfe anbietet, Helfer haben. Wir haben Helferinnen und Helfer, ehrenamtliche Helferinnen und hauptamtliche Helferinnen, die vorher Bedürftige identifizieren. Das heißt, mit den regionalen Verwaltungen stehen wir durch unsere Helferinnen und Helfer in Kontakt und sind in der Lage, Menschen vorher zu identifizieren, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und Verteilstationen, also Standorte, an denen wir Kurban-Fleich verteilen, Kurban verteilen, das wird dann vorher kommuniziert. Man bekommt eine Bescheinigung, dass man dann Hilfe oder Kurban-Fleich bekommen kann. Mit dieser Bescheinigung kommen dann betroffene, begünstigte Familien, die vorgesehen sind, begünstigt zu werden, an diese Standorte und bekommen Rationen verteilt. Oder da, wo es abgelegen ist oder wo Anreisen nicht möglich sind zu solchen Verteilstationen, geht Islamic Relief selbst hin und beliefert die Helferationen den Familien, die vorgesehen sind. Wenn man jetzt auf die Webseite von Islamic Relief geht, Islamic Relief.de, sehen wir bei den Kurban-Spenden verschiedene Preise je Land. Wodurch kommt das zustande und wie hat jetzt die aktuelle globale Finanzkrise und die Inflation auch die Preise beeinflusst? Ja, also die Energiekosten sind ja überall gestiegen und deshalb schlägt sich das auch bei den Preisen für die Beschaffung von Kurban-Tieren natürlich nieder. Allerdings gehen wir grundsätzlich so vor, dass die Kurban-Spendenbeträge, die sich ergeben, durch die Lebenserhaltungskosten in den Ländern festlegen lassen. Das heißt, so wie es für Brot unterschiedliche Preise je nach Land gibt, gibt es auch unterschiedliche Preise bei den Beschaffungskosten, die sind von Land zu Land anders. Deshalb hat ein Spender, eine Spenderin, die sich entscheidet, bei Islamic Relief eine Kurban-Spende abzugeben, die Möglichkeit, eine Ländergruppe auszuwählen und nach dieser Ländergruppe die Spende zu geben, die man begehrt oder sich wünscht, quasi abzugeben und auch mit anderen zu teilen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und wo unsere Spender dann schon auf unserer Webseite sind. Welche anderen Spendenarten gibt es denn in dieser Zeit? Was kannst du da empfehlen? Also wichtig ist natürlich, mit diesem Teilen eine Freude auch zu teilen und deshalb gibt es neben der Kurban-Spende, die man abgeben kann, auch die Möglichkeit für Festgeschenke zu spenden. Also uns ist es wichtig, als Islamic Relief, dass Kinder besonders eine Freude erleben mit dem Kurban-Fest und für die ist es ja auch mit dem Kurban-Fest so, dass die Kinder sich besonders freuen auf so ein Festmahl. Aber mit dieser Freude, damit sie nach den Festtagen auch eine längere Freude haben, verteilen wir ihnen Festgeschenke. Mit diesen Festgeschenken bekommen sie Kleidung geschenkt oder Stifte und Hefte, Schulranzen. Uns ist ja auch wichtig, dass diese Kinder eine vernünftige Schulausbildung haben und dafür brauchen sie Schulmaterial. Das wird ihnen zur Verfügung gestellt oder auch Schuhe, die sie brauchen, werden verteilt. Das ist eine Form, mit einer Spende für Festgeschenke eine Spende abzugeben oder man kann eine Sadaka abgeben. Man kann, wenn es jetzt gerade um Kurban herum mit der Sekad-Spende jährt, dann kann man auch in dieser Zeit die Kurban nochmal berechnen oder sich Hilfe bei uns holen, wie man die Sekad berechnen kann. Eine Sekad-Spende kann man das ganze Jahr über abgeben, wie du weißt. Und ansonsten kann man für verschiedene andere Anlässe, Nothilfe oder dass man zu seinem Geburtstag einen Anlass schafft, ein Waisenkind übernimmt, zu unterstützen monatlich mit einer Spende von mindestens 33 Euro. So hat ein Kind auch langfristig eine Perspektive, aus der Armut herauszukommen, wenn es dann unterstützt wird, wenn es eine Schulausbildung möglich ist, für dieses Kind zu machen. Und so hat man halt auch einen Kontakt zu diesem Kind. Man kann eine Briefpartnerschaft sozusagen auch mit so einem Kind und dem eigenen Kind starten. Oder man kann auch zu Festen dem Waisenkind nochmal eine eigene Spende machen. Das sind so die Möglichkeiten, die wir anbieten. Und ansonsten kann man sich über die Webseite auch erkundigen, welche anderen Formen, die man so vielleicht auch selbst auswählen möchte, es gibt, kann man sich da auf der Seite nochmal genau erkundigen. Ja, man hat eine vielfältige Möglichkeit, Spenden zu leisten. Was ich hier heute insbesondere mitnehme, ist, dass Bedürftige insbesondere in diesem Jahr durch die Inflation besonders getroffen sind und viele auch selber keine Tiere mehr schächten werden können. Und das ist besonders eine Gelegenheit für uns, in diesem Jahr eine Kurban-Spende abzugeben. Macht das auf jeden Fall rechtzeitig, bevor die Zeit abläuft. Und ja, danke nur, dass du hier warst. Ja, danke. Es hat mich gefreut, wieder hier mit dir zu plaudern. Ich wünsche allen unseren lieben Geschwistern jetzt schon ein frohes Kurban-Fest. Genau, das wünsche ich euch auch und möge Allah eure Kurban-Spenden und eure weiteren Spenden annehmen. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es und abonniere uns. Eine höhere Reichweite bedeutet, dass wir mehr bedürftige Menschen erreichen können.